Welche Todesursache ist wahrscheinlicher? Ist es wahrscheinlicher, dass man an einem Meteoriten stirbt? Oder an einem Verkaufsautomaten? Ich sag euch ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie man an einem Verkaufsautomaten sterben kann. Und tatsächlich sterben mehr Leute an einem Verkaufsautomaten als an einem Meteoriten. Ist es wahrscheinlicher, dass man an einem Reh oder an einem Golfball stirbt? Junge, was sind das für aggressive Rehe, dass man daran sterben kann? Aber tatsächlich sterben deutlich mehr Leute an Rehen als an Golfbällen. Ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man an einer Kokosnuss stirbt oder an einem Nilpferd? Alter, Nilpferde sind wirklich gefährliche Tiere. Und tatsächlich, es sterben doppelt so viele Leute an Nilpferden als an Kokosnüssen. Ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man an einem fallenden Fernseher oder an Black Friday stirbt? Black Friday kann safe gefährlich sein, wenn die Leute da rumrennen. Aber tatsächlich sterben mehr Leute an fallenden Fernsehern. Junge, wie das? Ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man an Haien oder Süßwasserschnecken stirbt? Warte, was, es sterben über 10.000 Leute im Jahr an Süßwasserschnecken? Was sind das für blutrünstige Monster?